Gleich hier in wenigen Minuten, denn es geht um Änderungen am Luftverkehrsgesetz. Das hat zwei verschiedene Komponenten. Da geht es zum einen um die Angleichung von europäischem und internationalem Recht in das deutsche hinein und zum anderen geht es aber auch um Konsequenzen aus dem German Wings Absturz im März des vergangenen Jahres. Da soll es strengere Vorgaben geben an die Luftverkehrsgesellschaften. Sie sollen ihr Personal, insbesondere die Piloten, strenger kontrollieren, beispielsweise vor Arbeitsantritt soll kontrolliert werden, ob sie etwa Alkoholika, ob sie sogenannte psychoaktive Substanzen genommen haben und auch ihre Krankengeschichte, sofern eine vorhanden ist, soll deutlicher als bisher dokumentiert werden. Und all dies soll dazu beitragen, dass sich ein solcher Fall auf gar keinen Fall mehr wiederholt. Der erste Redner hier bei dieser Debatte zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes ist der zuständige Bundesminister Alexander Dobrindt. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es in der Tat heute mit einer Änderung des Luftverkehrsgesetzes zu tun, auf das ganz viele in den vergangenen Monaten sehnsüchtig auch gewartet haben, weil es Rechtssicherheit schafft. Rechtssicherheit schafft, dass zukünftig an unseren medizinischen Einrichtungen, an Krankenhäusern, in den Landkreisen, in der Fläche die Landesstellen für die Rettungshubschrauber weiter betrieben werden können. Das ist ein wichtiges Signal, gerade in der Fläche in Deutschland, da, wo wir in der Krankenhauslandschaft in den vergangenen Monaten starke Diskussionen darüber hatten, aus einer EU-Rechtsverordnung heraus resultierend, ob zukünftig die medizinische Versorgung auch sichergestellt werden kann über den Hubschraubertransport. Das gelingt uns jetzt mit diesem Gesetz. Wir schaffen die Rechtssicherheit, dass die Nutzung von Landesstellen von Rettungshubschraubern gesichert ist, meine Damen und Herren. Wie Sie wissen, bestand darüber lange Unsicherheit. Es bestand lange Unsicherheit hinsichtlich des regelmäßigen Anflugs vieler Hubschrauberlandestellen bei diesen medizinischen Einrichtungen. Grundsätzlich bedürfen Flugplätze und damit auch Landesstellen der Luftrettung mit Hubschraubern einer Genehmigung, wofür eine ganze Reihe von Anforderungen zu erfüllen sind. Stark bebaute, hindernisreiche Regionen stellen jedoch eine besondere Herausforderung beim Landen und Starten von Rettungshubschraubern dar und machen der Erteilung einer solchen Genehmigung oftmals, gerade in innerstädtischen Bereichen, schwierig. Deshalb haben wir mit unserem Zukunftsplan dafür gesorgt, dass die bisherigen Landesstellen in sogenannte Landesstellen von öffentlichem Interesse umgewandelt werden, dass weiterhin jede Landesstelle in einer unmittelbaren Notlage eines Patienten ohnehin angeflogen werden kann, wenn der Pilot dies als sicher einschätzt. Wir haben jetzt erst einmal eine Liste aller zukünftigen und bestehenden Landesstellen an Krankenhäusern erstellt, wo grundsätzlich eine Nutzung auch dadurch gegeben ist. Das ist die zukunftssichere Rechtsgrundlage, mit der diese Landesstellen langanhaltend auch genutzt werden können. und damit keiner Genehmigungspflicht als klassischer Flugplatz mehr unterliegen. Das heißt, die Botschaft an die Regionen, die Landkreise, die Städte, die Krankenhäuser mit Landestellen betreiben, kann heute heißen, alle Hubschrauber-Landestellen an den Krankenhäusern können weiter betrieben werden. Denn keine einzige muss geschlossen werden, meine Damen und Herren. Weiter haben wir in diesem Gesetz auch eine Regelung mit vorgenommen, dass die Zukunftsfähigkeit des Luftverkehrs insgesamt gerade über die wachsende Situation der Personenverkehre im Luftverkehr gesichert werden kann. Wir alle wissen, dass die Prognosen der ansteigenden Passagierzahlen in den nächsten Jahren fast eine Verdoppelung vorhersagen. Das heißt, wir kriegen auch eine deutliche Steigerung der Flugbewegungen. Und wenn das prognostiziert wird, dann muss man darauf achten, dass vor allem die Akzeptanz auch in der Öffentlichkeit weiterhin gegeben bleibt gegenüber Flughäfen, gegenüber dem Flugverkehr, auch gegenüber steigenden Starts und Landungen. Um diese Akzeptanz langfristig herzustellen und zu erhöhen, werden wir in der Neuregelung in diesem Gesetz klarstellen, dass zukünftig beim Bau zusätzlicher Start- und Landebahnen oder beim Neubau von Flughäfen die gesamte räumliche Entwicklung in die Umweltverträglichkeitsprüfung mit einbezogen werden muss. Damit erfassen wir auch jene Bereiche, in denen Beeinträchtigung vor allem natürlich durch Lärm, durch An- und Abflugverkehr zukünftig nicht ausgeschlossen werden kann. Das ist eine grundlegend andere Herangehensweise als in der Vergangenheit. In der Vergangenheit haben wir sehr klar definiert, wo wird durch welche Flugbewegungen entsprechend Lärm produziert werden. Genau das ist dann auch geprüft und genehmigt worden. Jetzt haben wir eine Herangehensweise, die davon geprägt ist, dass auch möglicher zukünftiger Lärm bei Veränderungen dieses Flugplatzes schon im Planfeststellungsverfahren mit berücksichtigt werden muss und damit auch eine deutlichere Sicherheit vor zukünftig entstehenden Lärm der Anwohner der Betroffenen entsteht. Das heißt, die Prognosen auch über Lärmbelastungen spielen zukünftig eine Rolle, wenn es um die Genehmigung geht. Damit werden Konflikte, die wir heute oftmals erleben, von vornherein ausgeschlossen. Die Bevölkerung wird informiert und dadurch wird die Akzeptanz für Flughäfen und Flugbewegungen erhöht, meine Damen und Herren. Wir haben in diesem Gesetz zur Änderung des Luftverkehrs auch eine Regelung gefunden, die ausflussintensiver Debatten der in meinem Haus eingesetzten Task Force German Wings ist. Wir haben mit dieser Task Force sowohl die wirtschaftlichen Unternehmen, die Wissenschaft, die Verwaltung, die Politik zusammengebracht, um Sicherheitsregelwerke, die wir im Bereich des Luftverkehrs haben, weiterzuentwickeln. Diese Debatte, die unter dem Dach des Bundesverbands der deutschen Luftverkehrswirtschaft geführt worden ist, in der wir die Fluggesellschaften, das Ministerium, das Luftverbundesamt, die Berufsverbände, die Flugmediziner alle über viele Wochen gemeinsam beraten haben lassen, hat eine Weiterentwicklung unserer Regeln empfohlen, die wir hier in diesem Gesetz auch umsetzen wollen. Der Abschlussbericht hat sich intensiv mit der Frage befasst, Erst können wir Verbesserungen der Kontrollmechanismen im Bereich des Luftverkehrs durchsetzen. Wir haben uns in intensiven Beratungen übrigens auch innerhalb der Koalition mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Verkehrsausschuss über diesen Untersuchungsbericht gemacht. Ich möchte da ausdrücklich meinen Dank allen Kolleginnen und Kollegen aussprechen, die bei einer nicht ganz einfachen Situation bereit waren, gemeinsame Lösungen zu finden und dies konsequent jetzt auch bereit sind, im Gesetzeswerk mit umzusetzen. Ein zentraler Punkt war, dass wir zukünftig Piloten stichprobenartig auf den Konsum von Alkohol, Drogen und Medikamenten kontrollieren werden. Meine Damen und Herren, Experten weltweit sehen in dieser Diskussion, ob man Kontrolle von Alkohol, Drogen und Medikamenten stichprobenartig im Flugverkehr durchführt, einen positiven Effekt darin, die betriebliche Sicherheit in der Luftfahrt zu stärken. Genau das ist auch unser Bewegungsgrund. Es geht nicht um den Ausdruck von Verdächtigung gegenüber Pilotinnen und Piloten, sondern es geht schlichtweg darum, dass wir mit einer Kontrollinstanz dafür sorgen, dass ein Stück mehr Sicherheit entsteht, weil auch die Kontrolle natürlich dazu führt, dass eine höhere Beobachtung vom Verhalten auch untereinander stattfindet und auch dieses Verhalten dann innerhalb der Luftfahrtsunternehmen mit Vertrauenspersonen besprochen werden kann und damit möglicher Schaden präventiv ausgeschlossen werden kann. Meine Damen und Herren, wir wissen, dass die Luftfahrtsunternehmen hier in der Verantwortung stehen, dies auch umzusetzen. Wir verpflichten deswegen die Luftfahrtsunternehmen, stichprobenartig diese Kontrollen vor Dienstbeginn durchzuführen. Bisher fehlt es im Luftverkehr an solchen ausdrücklich und sanktionsbewährten Verboten, wie wir sie im Straßenverkehr ja kennen. Das ändern wir genau jetzt. Darüber hinaus wird das Luftfahrtbundesamt ermächtigt, solche Kontrollen unangemeldet, um bei allen in Deutschland tätigen Luftfahrzeugführern durchzuführen und Verstöße mit Bußgeld zu ahnden. Ich bin überzeugt, dass mit dieser Kombination aus gemeinsamer unternehmerischer und behördlicher Verantwortung leisten wir einen wichtigen Beitrag zur weiteren Stärkung der Verkehrssicherheit in der Zivilluftfahrt. Zusätzlich richten wir eine Flugmedizinische Datenbank zur Tauglichkeit von Piloten ein und stellen damit eine lückenlose und nachvollziehbare Aufsicht durch die anerkannten flugmedizinischen Sachverständigen und flugmedizinischen Zentren sicher. Zugleich passen wir damit unsere luftrechtlichen Bestimmungen in Bezug auf das fliegende Personal in der Zivilluftfahrt an. Untersuchungsergebnisse zur Tauglichkeit werden unter Einhaltung des Datenschutzes personenbezogen gespeichert und dem ärztlichen Personal in den Luftfahrtbehörden uneingeschränkt übermittelt. Das ist in der Tat für uns ein bedeutender Schritt, weil dies eine Diskussion nicht erst seit wenigen Monaten oder einem Jahr ist, sondern das ist ja ein Prozess, der sich seit Jahren immer wieder findet in der Frage Abwägung zwischen dem Sammeln von Daten bei Behörden und dem berechtigten Datenschutz gegenüber den Betroffenen. Der Deutsche Bundestag hat sich in der Vergangenheit die Fachkolleginnen und Kollegen immer wieder mit dieser Frage auseinandergesetzt und die aktuelle Rechtslage war das Ergebnis einer intensiven Debatte. Das Ergebnis war die Pseudonymisierung der Daten, sodass den Behörden Daten nur in Form einer anonymisierten Aktenlage vorliegen und nicht personenbezogen. Wir haben uns jetzt entschlossen, den anderen Weg zu gehen, eine Flugmedizinische Datenbank herzustellen, die alle Tauglichkeitszeugnisse und medizinischen Untersuchungsbefunde speichert, dies personenbezogen. Zugriff auf diese Datenbank haben ausschließlich die medizinischen Sachverständigen des Luftfahrtbundesamtes und deren Mitarbeiter. Dabei ist allerdings auch zu betonen, dass wir mit der Einführung der Datenbank in der Tat die Flugmedizinischen Ärzte in die Lage versetzen, festzustellen, wenn sogenanntes Ärzte-Hobbing stattfindet. Das heißt, das, was auch in der Vergangenheit vielfach kritisiert worden ist, dass Ärzte nicht in die Lage versetzt werden, festzustellen, ob ein Patient schon vielfache medizinische Untersuchungen an anderen Stellen vorgenommen hat und diese dem Arzt nicht zur Kenntnis bringt, das kann über diese neue Regelung jetzt ausgeschlossen werden. Wir versetzen die Ärzte in die Lage, festzustellen, wenn Ärzte-Hobbing stattfindet. Wir versetzen die Ärzte in der Lage, festzustellen, ob ihr Patient Voruntersuchungen hatte. Wenn sich dann ein Verdacht sich daraus ergibt, kann sich ein Arzt an das LBA wenden, das die Datenbank hat, um nachzuschauen, ob es sich hier möglicherweise um eine gefährdende Situation handelt und dann auch einschreiten. Meine Damen und Herren, Ich weiß, dass dies den Kolleginnen und Kollegen viel abverlangt hat, so eine Diskussion im Ablegungsprozess zwischen Datenschutz und ein Mehr an Transparenz zu entscheiden. Und ich weiß, dass es auch nicht ganz einfach ist, all die Argumente, die in der Vergangenheit immer gegolten hat, jetzt mit neuen Argumenten anzureichern, um zu einer anderen Entscheidung zu kommen. Aber ich weiß, dass es ein richtiger Weg ist. Und deswegen möchte ich mich ausdrücklich noch bei Ihnen allen bedanken. Die Begleitung der Taskforce, die Begleitung der Diskussion und jetzt die entsprechenden Entscheidungen dafür sind ein richtiger Schritt, um weiterhin auch den Flugverkehr sicher zu halten, um die Sicherheit zu stärken und um das Vertrauen in die Luftfahrt aufrecht zu erhalten. Herzlichen Dank. Alexander Dobrindt, der Bundesverkehrsminister, mit seinen Erläuterungen zu den Änderungen, die es im Luftverkehrsgesetz geben soll. Wir werfen einen kleinen Blick auf die Regierungsbank, wo wir zu Beginn dieser heutigen Sitzung viele Minister gesehen haben, die Kanzlerin, den Vizekanzler, die hier auch noch mal die Ehre erwiesen hatten, Guido Westerwelle, Hans-Dietrich Genscher und dem Literaturnobelpreisträger Imre Kertes. Inzwischen warten andere Termine auf Sie. Wir sehen außer Alexander Dobrindt jetzt nur noch die Staatsministerin für Kultur, Monika Grütters, in der zweiten Reihe sitzen. Aber gut, es gibt eine Reihe von Terminen heute für das Kabinett und da wollen wir hier mal nachsichtig sein. Was die Anwesenheit im Plenum angeht. Hier geht die Debatte jetzt über diese Änderungen am Luftverkehrsgesetz weiter. Es spricht Herbert Behrens für die Linksfraktion. Es hat eine umfassende Aufarbeitung und Bearbeitung gegeben. Wir haben uns, glaube ich, in verantwortungsbewusster Weise im Ausschuss mit dieser Frage beschäftigt. Wir sind dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Das will ich gerne begründen, warum das bei uns so der Fall gewesen ist. Wir stellen fest, dass der Wettbewerbsdruck in der Luftverkehrswirtschaft enorm ist. Er hat sich langsam bis in die Flugzeugkanzel hinein gefräst. Es gibt Geschäftsmodelle, bei denen Piloten nur noch dann bezahlt werden, wenn sie auch tatsächlich fliegen. Das macht natürlich einen enormen Druck auf die Beschäftigten, die aufpassen müssen, wie viele Erkrankungen und wie viele Auszeiten sie sich nehmen können. Pay per flight heißt dieses Geschäftsmodell, was wir verurteilen. Aus diesem Grund, aber auch aus dem Grund der German-Wings-Katastrophe war es nötig, uns mit den Gesundheitsanforderungen der Piloten zu befassen. Wie kann sichergestellt werden, dass nur körperlich und seelisch wirklich gesunde Piloten in der Kanzel ihren Dienst tun? Der Verkehrsminister hat es eben erwähnt, setzt auf lückenlose Kontrolle auch der Gesundheitsdaten und auf zusätzliche unangekündigte Zufallskontrollen. Dann wissen die Piloten, dass sie nicht ungestraft oder nicht ohne, dass sie erwischt werden können, diese Substanzen zu sich nehmen dürfen. Das kennen wir aus dem Straßenverkehr. Das ist okay. Es geht um die Gesundheit der Luftverkehrswirtschaft. Aber wir müssen eben auch wissen, was denn diese lückenlose Überwachung der Gesundheitsdaten auch nach sich zieht. Das heißt, gibt es Möglichkeiten, das zu umgehen, wenn sich jemand nicht so wohlfühlt oder wenn, wie ich es eben gerade gesagt habe, ein bestimmtes Geschäftsmodell dahintersteckt, was jemanden sogar dazu zwingt, nach Umgehungstatbeständen zu suchen. Darum haben wir versucht, mit unseren Vorschlägen in die Debatte einzugreifen, um insbesondere dieses Argument aufzugreifen. Und wir sind da nicht ganz alleine. Auch die Europäische Luftfahrtagentur EASA hat in ihrem Abschlussbericht zum German Wings Unglück festgestellt, dass es mit verschiedenen Programmen möglich sein muss, auf die Piloten einzuwirken, dass sie wirklich nur dann ihren Dienst antreten, wenn sie topfit sind, körperlich und auch seelisch. Und da haben wir auch den Vorschlag gemacht, lasst uns doch Regelungen nehmen, mit denen wir in der Lage sind, ganz dicht an den Beschäftigten selber über Tarifverträge, über Betriebsräte zu Regelungen zu kommen, wie ein solches Regime dann abgewickelt werden kann. Nicht nur wachsende Bürokratie sorgt für mehr Sicherheit, sondern eben auch ganz dicht an den Beschäftigten angesetzte Programme, um ihnen zu erleichtern, sich zu offenbaren, wenn es ihnen nicht gut geht. Das ist im Gesetzentwurf nicht drin. Darum werden wir diesen Gesetzentwurf auch ablehnen müssen. Einen zweiten Punkt will ich noch ansprechen, der noch keine Rolle gespielt hat, nämlich die Verordnung der Bodenabfertigungsdienste. Dazu haben wir einen Entschließungsantrag vorgelegt. Auch hier ist erkennbar, dass aufgrund der Liberalisierung der EU-Kommission und deren nachfolgenden gesetzlichen Entwürfe der Bundesregierung der Deregulierung Tür und Tor geöffnet sind, bis hin zu den Bodenabfertigungsdiensten, wo es inzwischen den Flughafenbetreibern untersagt ist, ausschließlich alleine für den Flughafen und seine Dienste verantwortlich zu sein. Darum sind sogenannte Drittabfertiger zugelassen, die in einer Anlage zur Verordnung drinstehen. Nun hat man aber in Düsseldorf ausgeschrieben, obwohl bei Düsseldorf drinsteht, es dürfen nur zwei Drittabfertiger auf dem Vorfeld und den Diensten eingesetzt werden. Jetzt hat Düsseldorf ausgeschrieben, einen dritten Anbieter gesucht. Und jetzt versucht man mit einer entsprechenden Maßnahme hier dieses illegale Handeln auf dem Düsseldorfer Flughafen zu legitimieren. Das dürfen wir nicht zulassen. Das ist nachträgliches Legalisieren einer nichtlegalen Handlung. Übrigens in Schönefeld haben wir das gleiche Verfahren. Auch da wird die Obergrenze, die in der Verordnung festgelegt ist, überschritten. Und es ist nicht in Ordnung, dass hier insbesondere das Thema Sicherheit an dieser Stelle aufgehoben wird, nicht angemessen angegangen wird. Haben wir denn mehr Sicherheit, wenn wir mehr Firmen für die Dienstleistungen auf den Flughäfen haben? Oder ist es nicht so, dass wir mit gut kontrollierten, mit guten, qualitativ hochwertigen Unternehmen und entsprechenden tariflichen Standards dort für ein hohes Maß an Sicherheit auf den Flughäfen sorgen? Ich meine, das ist der richtige Weg. Hohe Sicherheit, gute Sicherheit gibt es nur mit guten Arbeitsbedingungen. Gute Arbeit und Sicherheit gehören zusammen. Darum bitte ich Sie, Kolleginnen und Kollegen, weil wir im Prinzip ja einig waren, auch im Ausschuss bei der Diskussion, als es darum ging, die EU-Kommission zu begrenzen, als sie sagte, wir müssen noch weiter aufmachen und sagen, wir müssen den Wettbewerb noch weiter ausweiten, damit es zu mehr Konkurrenz dort kommt. Das war einhellige Meinung. Wir haben die Gefahren gesehen und haben gesagt, nein, wir wollen das begrenzen. Hier aber wird einfach so getan, als ob die Liberalisierung durch weitere Bodenverkehrsdienste nicht passiert. Das ist nicht in Ordnung. Darum nehmen Sie unseren Entschließungsantrag ernst. Nehmen Sie die dort aufgenommenen Vorschläge, nehmen Sie diese Vorschläge auf, damit wir wirklich zu einer sicheren Situation auch im Vorfeld auf den Flughäfen kommen. Denn das ist das höchste Gebot in der Luftfahrt. Wie gesagt, gute Arbeit und mehr Sicherheit sind ein und dasselbe. Eine Seite der Medaille. Herbert Behrens, der Sprecher für digitale Infrastruktur in der Linksfraktion, hat noch einmal erläutert, warum seine Fraktion hier gleich auch noch einen Entschließungsantrag zu dem Luftverkehrsgesetz bzw. dessen Änderungen vorgelegt hat zur Abstimmung. Und jetzt spricht erst einmal für die SPD Arno Klare. Er ist Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Und wir reden über Luftverkehr. Das kommt nicht so oft vor, muss ich feststellen. Und ich füge aber mit Selbstbewusstsein als Berichterstatter für diesen Bereich hinzu. Der deutsche Luftverkehrswirtschaft steht, um in der metaphorischen Diktion zu bleiben, dieser prominente Sendeplatz durchaus zu. Wir reden heute über die 15. Novelle des Luftverkehrsgesetzes. Das hört sich ziemlich trocken an. Aber wir reden über das Basisgesetz der Luftverkehrswirtschaft in Deutschland. Aus diesem Luftverkehrsgesetz sind alle anderen Gesetze, die mit Luftverkehr zu tun haben, entweder abgeleitet oder sie beziehen sich darauf. So zum Beispiel das Luftsicherheitsgesetz, das in der Novelle schon vorliegt und in der Ressortabstimmung ist. Das Luftlärmgesetz, das 2017 evaluiert werden soll. Und natürlich auch die Verordnungen wie die Luftverkehrsordnung und die Luftverkehrszulassungsordnung, alles sehr, sehr abstrakt klingende Begriffe. Aber alles ist aus diesem Basisgesetz abgeleitet. Und insofern nehme ich mir, mein Wahl das Recht, jetzt noch knapp fünf Minuten über den allgemeinen Zustand und die allgemeine Lage der Luftverkehrswirtschaft in Deutschland ein paar Worte zu sagen. Denn wenn dieses Basisgesetz geändert wird und wenn wir schon Primetime haben, dann muss man das auch mal tun. Allgemein gilt, die Luftverkehrswirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland hat eine sehr hohe ökonomische Bedeutung. Und das Zweite, was auch dazu gehört, sie hat einen, wenn man das beschreiben wollte, einen durchaus schweren Stand. Das gilt, was die Akzeptanz, das Thema ist gerade schon mal vom Minister genannt worden, sowohl national, das ist die Akzeptanz, und international, da geht es um die internationale Konkurrenz. Denn ich fange mit der nationalen Akzeptanz an. Im letzten Jahr wurde die NORAS-Studie, die größte Studie, die jemals gemacht worden ist, was Lärmwirkungsforschung angeht, also weltweit gemacht worden ist, vorgestellt. Übrigens finanziert zu großen Teilen, zu den größten Teilen von der Luftverkehrswirtschaft selbst. Das kann man auch dazu sagen. Dabei ist eine Frage gestellt worden an die Bewohner und Anrainer des Frankfurter Flughafens zum Beispiel, inwieweit sie sich vom Luftverkehrslärm belästigt fühlen. Dort ist das Ergebnis 2011, 12, 13, das da befragt worden ist, mit einer Studie, die aus dem Jahre 2005 stammt. Von 2005 bis zu der Befragung 2011, 12, 13 haben die Flugbewegungen am Frankfurter Flughafen deutlich abgenommen. Die Passagierzahlen sind gestiegen, aber die Flugbewegungen haben abgenommen. Die Flugzeuge sind leiser geworden. Das kann man an den Messpunkten und den Protokollen der Messpunkte eindeutig ablesen. Und es kommt noch ein weiteres hinzu, es ist die Nachtruhe eingeführt worden. Und gleichwohl ist die Zahl derjenigen Menschen, die sich geäußert haben, sie werden sehr belästigt von dem Fluglärm, um 11 Prozent gestiegen gegenüber 2005. Weniger Flüge, leisere Flüge und Nachtruhe. Trotzdem 11 Prozent mehr. Das zeigt, die Luftverkehrswirtschaft und der Luftverkehr haben in der Tat ein Akzeptanzproblem, das wir angeben müssen. Und es kommt hinzu, international, der Luftverkehr ist in einer globalen Konkurrenz. Und er hat, was die deutsche Luftverkehrswirtschaft angeht, kein Level-Playing-Field in dieser Welt. Anders als andere Verkehre ist Luftverkehr durchaus verlagerbar. Und Istanbul ist von München, dem zweiten großen Hub nach Frankfurt, ein Steinwurf weit entfernt. Und dort können genau die Verkehre abgewickelt werden, die in München abgewickelt werden. Und von Frankfurt ist es auch nicht so wahnsinnig weit weg. Das heißt, die Wachstumsdynamik ist im Vergleich, wenn man den deutschen Luftverkehr vergleicht, mit dem internationalen, durchaus schwach. Und dankenswerterweise haben wir jetzt ja als Grundlagenermittlung für das Luftverkehrskonzept, das jetzt ansteht, zur Beratung und zur Entwicklung, eine knapp 700 Seiten Expertise vorliegen, in der das deutlich wird und in Zahlen ausgedrückt wird. Und ich bin durchaus dankbar dafür, dass so eine Riesenexpertise vorliegt, denn sie fasst einmalig, für mich zumindest, all das zusammen, was man sich mühsam sonst zusammensuchen müsste. Der Luftverkehr, meine Damen und Herren, ist ein volkswirtschaftliches Essential in Deutschland. Und der ist hochgradig innovativ, mit großen Spin-off-Effekten für andere Bereiche. Ich möchte nur eins herausgreifen. Ich war in der letzten Woche in Ottobrunn bei München auf dem Ludwig-Bölkow-Campus von Airbus. Dort haben zwei ganz große deutsche Firmen, nämlich Siemens und Airbus, nicht zu ganz gleichen Teilen, Airbus steckt da mehr rein, den Grundstein gelegt zur E-Factory, einem Unternehmen, einer Forschungseinrichtung, die elektrisches Fliegen möglich machen will. Einen solchen Flieger gibt es übrigens schon. Das ist der E-Fan, der ist relativ klein. Der würde hier vorne schön reinpassen. Das gibt es also schon. Das ist keine völlige Utopie. Und die wollen das jetzt in großen Stilen organisieren und daran forschen. Das ist ein 450-Millionen-Euro-Investment. Ein 450-Millionen-Investment. Das wollte man vielleicht einmal würdigen, wenn man darüber redet, ob man Flugverkehre und die Luftverkehrswirtschaft weiterhin restriktiv und beschneidend angehen will. Da ist ein ganz großes, innovatives Potenzial enthalten. Nicht weit davon entfernt ist das Bauhaus Luftfahrt, darüber habe ich hier schon mal geredet über diesen Punkt, die Solarjet entwickelt haben. Ein Kerosin, das aus schlichten Teilen besteht, nämlich einfach nur aus CO2, aus Wasser und Energiezufuhr Sonnenlicht. Und daraus wird völlig klimaneutral, völlig CO2- und THG-neutral ein Kerosin hergestellt. Das geht auch im industriellen Großmaßstab. Und wenn das beides zusammenkommt, elektrisches Fliegen plus dieses Kerosin, es geht ja um ein Hybridflugzeug, dann fliegen wir klimaneutral. Das ist ein wirklich sehr großer, innovativer Schritt. Und wenn man dieses Solarjet herstellen kann, dann gilt das auch für andere Spritarten, die wir im Straßenverkehr zum Beispiel verwenden. Das meine ich mit diesem Spin-off-Effekt. Und zusammenfassend muss man sagen, wir sollten ernst nehmen, die immense Bedeutung der Luftverkehrswirtschaft in unserer gesamten Volkswirtschaft. Und wir sollten bedenken, ich habe jetzt nur ganz wenige Punkte genannt, wie hochgradig innovativ Luftverkehrswirtschaft ist und wie viel Geld und Forschungskapazität da drin steckt. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Arno Klare war das für die SPD-Fraktion. Nächster Redner hier in der zweiten und abschließenden Beratung, also der dritten des Luftverkehrsgesetzes, beziehungsweise der Änderung dazu, ist jetzt Oliver Krischer. Und wir dürfen mutmaßen, dass ihm die umweltpolitischen Aspekte in dieser Gesetzesänderung nicht weit genug gehen. Eine ganze Reihe von Aspekten. Und ich spare es mir hier, darüber zu reden, dass Rechtssicherheit geschaffen wird für Hubschrauberlandeplätze an Krankenhäusern, dass da Rechtssicherheit geschaffen wird. Das ist eigentlich selbstverständliches Regierungshandeln. Das kann man nicht ernsthaft in Frage stellen. Dafür kann man sich auch nicht brüsten. Also, das bedarf eigentlich nicht weiter der Erwähnung. Wir finden es im Grundsatz richtig, dass auch Konsequenzen aus dem German Wings-Abturz gezogen werden, dass hier gehandelt wird. Mein Kollege Stefan Kühn wird hier gleich noch etwas Näheres zu sagen. Ich möchte mich auf einen Aspekt konzentrieren, der, glaube ich, kontrovers ist zwischen uns, was dieses Gesetz angeht und was auch der ursprüngliche Anlass war, weshalb dieses Gesetz geändert wird. Das ist das ganze Thema Fluglärm. Und, Herr Klare, Sie haben von Akzeptanzproblemen gesprochen. Das klang so, als ob alles gut wäre rund um die Großflughäfen. Aber wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Ist wieder gegangen. Gut. Er hat so getan, als ob alles gut wäre. Ich sehe ihn so weiter. Ah, als ob alles gut wäre. Aber wenn man mal um die deutschen Großflughäfen sich das anguckt, ist das eine unglaubliche Belastung, die Menschen dort aushalten müssen, im Minutentakt, oft nachts noch. Und ich sage ganz offen, wenn die Luftverkehrswirtschaft, wie Herr Klare das eben gesagt hat, so wichtig ist und so prosperiert und so stark ist, dann muss es doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass hier im Bundestag, dass die Bundesregierung alles unternimmt, dass die Belastungen vom Fluglärm reduziert werden. Aber, meine Damen und Herren, da kann man wirklich nur den Kopf schütteln. Sie legen hier ein Gesetz vor, das im Kern die einzige Änderung beim Fluglärm hat, dass jetzt, wenn neue Landebahnen oder Flughäfen in Deutschland gebaut werden, dass dann eine UVP-Pflicht eintritt. Meine Damen und Herren, mir ist nicht bekannt, wo in Deutschland ein großer Verkehrsflughafen oder auch nur eine Landebahn im Moment geplant wird. Es sei denn, es gibt einen Geheimplan von Herrn Domrindt, um seine Mitscheitern beim BER irgendwie noch ganz neu aufzulösen. Aber Sie machen hier ein Gesetz für etwas, was in den nächsten Jahren keine Rolle spielen wird. Und das ist doch absurd. Das hat nichts mit Schutz vor Fluglärm zu tun. Das ist im Off. Was wir tatsächlich bräuchten, und das machen Sie überhaupt nicht, das packen Sie an der Stelle überhaupt nicht an, das ist, dass wenn an Flughäfen Flugrouten geändert werden, wenn Genehmigungsänderungen anstehen, dass dann UVP-Pflicht und Vorprüfungen stattfinden, das haben Sie teilweise angedeutet, sogar in Ihrem Koalitionsvertrag stehen. Warum, meine Damen und Herren von der Großen Koalition, jetzt, wo Sie das Thema anpacken, warum machen Sie das nicht? Ich habe dafür kein Verständnis. Das ist ehrlich gesagt ein Witz. Das ist ein Hohn gegenüber den Millionen von Fluglärmbetroffenen in Deutschland. Und Sie handeln überhaupt nur deshalb, weil die EU-Kommission Sie dazu zwingt. Sie würden das gar nicht ändern, was Sie jetzt tun, weil Deutschland sich einem Vertragsverletzungsverfahren gegenüber sieht. Meine Damen und Herren, das ist nicht angemessen. Das ist nicht die Herausforderung, die wir brauchen. Wenn, wie Herr Klare das eben gesagt hat, Flughäfen und Luftverkehr, Flugverkehr, die wir alle nutzen, mehr Akzeptanz finden soll, dann brauchen wir eine ganze Menge an Änderungen. Wir brauchen vor allen Dingen klare Abwägungskriterien. Wie das heute, sondern so stattfindet, ist, dass in jeder Region, an jedem Standort irgendwie intransparent ein bisschen vor sich hin gewurschtet wird. Nachher können die Betroffenen überhaupt nicht nachvollziehen, warum sich für welche Route entschieden wird. Das klären Sie nicht. Da hätten Sie die Gelegenheit, da hätten Sie die Gelegenheit, das jetzt hier einzubringen, das in diesem Gesetz einzubauen. Meine Damen und Herren, das machen Sie nicht. Warum schreiben Sie so etwas in den Koalitionsvertrag, wenn Sie dann, wenn es wie jetzt konkret ansteht, es überhaupt nicht anpacken? Meine Damen und Herren, das ist organisiertes Nichthandeln. Das ist eine reine Shownummer. Meine Damen und Herren, was wir auch brauchen, sind endlich im Luftverkehr klare Lärmgrenzwerte. Es kann doch nicht sein, dass es für jede Diesellok und für jedes Auto entsprechende Regelungen gibt. Im Luftverkehr, wo uns die Nora-Studie wieder vor Augen geführt hat, dass gesundheitliche Folgen da sind, dass Depressionen Konsequenzen sind von dem Lärm, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen, andere Zivilisationskrankheiten die Folge von dieser Lärmbelastung sind. Da gibt es keine klaren Grenzwerte. Auch da könnten Sie handeln. Auch da tun Sie nichts. Und, meine Damen und Herren, last not least, Thema Nachtflug. Da sind Menschen am allermeisten betroffen, wenn Maschinen starten. Das kann ehrlich gesagt nicht sein. Da müssen wir tatsächlich zu Reduzierungen der Belastungen kommen. In Köln-Bonn hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, die Region hat die Bundesregierung, den Verkehrsminister aufgefordert, wenigstens im Passagierflugbereich ein Nachtflugverbot durchzusetzen. Das könnten Sie jetzt hier auch machen. Das tun Sie nicht, obwohl es die Menschen, die zuständige Landesregierung an der Stelle will. Und ich sage Ihnen, wenn es um Fluglärmbetroffene geht, dann sind Sie auf beiden Augen blind. Sie haben am Ende nur die Interessen der Luftverkehrswirtschaft im Auge. Und das haben Ihnen die Sachverständigen am Ende auch in der Anhörung ins Stammbuch geschrieben. Und, meine Damen und Herren, bitte haben Sie Verständnis, dass wir im Bereich Fluglärm ein solches Gesetz, was nichts verbessert, was nichts löst, was nichts im Sinne der Betroffenen voranbringt, dass wir dem nicht unsere Zustimmung erteilen können. Ich danke Ihnen. Oliver Krischer, stellvertretender Vorsitzender der Grünen-Fraktion, sagt, keine Verbesserung, keine Lösung, was beispielsweise Fluglärm angeht, durch die Änderung am Luftverkehrsgesetz, die heute hier beschlossen werden sollen. Am Ende dieser Debatte, die aber noch ein wenig andauert und in der jetzt Peter Wichtel spricht, der Mitglied im Ausschuss für Verkehr ist. In der letzten Woche des vergangenen Jahres haben wir hier im Plenum des Deutschen Bundestages die erste Lesung des geplanten fünften Änderungsgesetzes zum Luftverkehr beraten und hatten uns damals verständigt, dass wir im Hintergrund des German-Wings-Unfalls uns Zeit nehmen wollten und intensiv gucken wollten, ob das eingebrachte Änderungsgesetz an der einen oder anderen Stelle noch verbessert werden kann. Nach intensiven Beratungen in enger Abstimmung mit unserem Koalitionspartner haben wir nun einen Änderungsantrag verfasst, der das vorliegende Änderungsgesetz noch an einigen Stellen angemessen unterstützt. Mit den heutigen vorgesehenen Verabschiedungen dieses Gesetzes werden wir mit den Eingaben, die wir gemacht haben, alle Akteure im Feld der Luftfahrt Passagiere, Beschäftigte und die Unternehmen der Luftverkehrswirtschaft mit einem klaren luftverkehrsrechtlichen Rahmen und einer nachhaltigen und verantwortungsbewussten Luftverkehrspolitik unterstützen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bundesregierung hat die vorliegende Gesetzesänderung auch insbesondere deswegen in das Parlament eingebracht, um mehrere Vorgaben der Europäischen Kommission auf die einzugehen und die bestehenden gesetzlichen Regelungen anzupassen. So ist die EU-Kommission der Auffassung, dass das geltende deutsche Luftrecht hinter den Anforderungen der europäischen Gesetzgebung zurückbleibt, weil im Verfahren der Festlegung vom Flugverfahren keine Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht wird und die Prüfung auf Natura 2000 Gebiete nicht durchgeführt wird. Die EU hat vor diesem Hintergrund im Jahr 2013 sogar bereits ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet. Parallel dazu hat die höchstrichterliche Rechtsprechung in Deutschland bestätigt, dass notwendige UVP umfassend bereits im Zulassungsverfahren für Flughafen durchgeführt werden müssen. Dabei müssen sie die UVP auf den gesamten Einwirkungsbereich des Flughafens erstrecken. Die abwägungserheblichen Auswirkungen sollen da geprüft werden. Die Bundesregierung hat in diesen Einwänden mit dem Gesetzentwurf nun Rechnung getragen. Auch wir sorgen mit unserem Änderungsantrag noch einmal für Klarheit und betonen beispielsweise, dass im Hinblick auf die Änderungen des Paragraphen 8 des Luftverkehrsgesetzes die Untersagung der Abwicklung von An- und Abflugverkehr über bestimmten Gebieten durch die Planfeststellungsbehörde keinesfalls die Befugnisse der Fluglotsen einschränkt, Maßnahmen aus dringenden Sicherheitsgründen nach Paragraph 31 Absatz 3 Luftverkehrsordnung einzuschränken. Unmittelbar verkehrsregelnde Maßnahmen bleiben der Planfeststellungsbehörde also auch weiterhin untersagt. Eine weitere unklarere Rechtssituation, die es aufzulösen galt, betrifft die Landeplätze für Helikopter. Im Gegensatz zu meinem Vorredner halte ich das deutsche Rettungswesen für wichtig. Und wenn nicht geklärt ist, weil in der Vergangenheit ohne Regelung geduldet wurde, dass der Rettungsflug trat wurde, dann hat der Herr Krischer zwar hier laut und deutlich das in den Raum gestellt, dass wir das nicht brauchen, dass das selbstverständlich ist, aber es war eben bis dato nicht selbstverständlich. Wir haben uns bewusst damit befasst und es hat einige Zeit gedauert, bis wir auch zu den richtigen Maßnahmen und Schritten gekommen sind, nämlich der Hintergrund nach den Vorgaben. Kein Flugplatz vorhanden, und deswegen haben wir auch die Inkrafttretung der EU-Verordnung 965 2012, die die Möglichkeit gibt, den Hubschrauberbetrieb der Luftrettung von und zu sogenannten örtlichen von öffentlichem Interesse zuzulassen. Meine Damen und Herren, auch das war noch nicht alles, worauf unter die Krankenhäuser angewürdigter Meinung waren, das klappt dann auch überall. Wir mussten feststellen in der Anhörung und mit dem Verband in der Diskussion, dass die Unterstützung notwendig war und dass wir komplett weiter diskutieren mussten. Wir haben einiges dazu in unserem Antrag gesagt. Wir haben zum Beispiel auch aufgenommen, dass Dachlandeplätze nicht einfach gestrichen werden, sondern eine Einzelfallprüfung stattfindet. In diesem Zusammenhang darf ich auch noch darauf hinweisen, dass es auch nicht klar war, dass Plätze, die nicht eingerichtet sind und nicht genehmigt sind, als sogenannte Notlandeplätze mehrfach angeflogen werden können. Deswegen haben wir das gestern auch noch mal im Ausschuss bewusst und gezielt angesprochen, dass wir hier für die Landeplätze, dort, wo Leib- und Lebengefahr besteht, auch regelmäßig und mehrfach öfters angeflogen werden dürfen. Mit zwei ganz entscheidenden Themen der Koalition haben wir im anderen Bereich auch noch dafür gesorgt, dass im Gesetz bei der Kontrolle von Luftfahrzeugführern mit dem Thema Alkohol, Drogen und Medikamente. Die Dienstfähigkeit, die in den betäubenden Bewusstseinsveränderungen oder aufputschenden Wirkungen Beeinträchtigungen haben könnten, sollen kontrolliert werden. Verantwortlich hierfür sollen die Luftverkehrsunternehmen sein. Seitens des Luftfahrtbundesamts angekannte Niederlassungen in Deutschland sind ebenfalls von Fluggesellschaften dazu beauftragt, das zu tun. Zudem hat das LBA nun selbst auch noch die Möglichkeit, stichprobenartig zu kontrollieren. Also neben der bisherigen rechtlichen Möglichkeit, technische, betriebliche Zustände von Luftverkehrsfahrzeugen im Rahmen von § 29 des Luftverkehrsgesetzes zu überprüfen, können nun auch die stichprobenartigen Untersuchungen gemacht werden und Verdachtskontrollen auf die Dienstfähigkeit kontrolliert werden. Ein weiterer Baustein war, das heute schon bestehende Sicherheitsniveau noch höher zu hinterlegen bei der Einführung einer medizinischen Datenbank. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir nach langer Diskussion den richtigen Weg gefunden haben und auch ergänzend hierzu die Behörde nochmals ermuntert haben, tätig zu werden und das zu beurteilen. Wir haben uns daraufhin verständigt, dass die Tauglichkeitszeugnisse in der Tat, wie es der Minister ausgeführt hat, als medizinische Befunde und dem Bewerber personenbezogen gemacht werden. Diese erhalten im Luftfahrtbundesamt ausschließlich die medizinischen zuständigen Menschen und die damit zu tun haben. Die Pseudonominisierung wird aufgehoben und somit kann in Zukunft auch genau festgestellt werden, wie sich die Entwicklung bei dem Einzelnen ergeben hat, ob es Probleme gibt, ob es keine gibt. Ich denke, wenn man sich das genau anguckt, das Thema Datenschutz haben wir besonders bearbeitet. Uns soll als Muster für die Neuregelung insbesondere dienen die datenschutzrechtlichen Regelungen zur Seediensttauglichkeit, wo heute schon die Seeleute personenbezogen übermittelte Gesundheitsdaten in das Seediensttauglichkeitsverzeichnis abgearbeitet werden. Meine Damen und Herren, diese notwendigen Regelungen sollen natürlich auch auf dem Hintergrund stattfinden, dass die Fluggesellschaften weiterhin das, was sie heute schon anbieten, nämlich dass Zugang zu Ärzten bei Betroffenen, die Probleme haben, ungehindert stattfinden, dass Beratung stattfindet, dass Prävention stattfindet. Wir fordern die deutsche Bundesregierung auf, diese Regelung, die es bei deutschen Luftverkehrsgesellschaften gibt, ebenfalls auf europäischer und Jadda-Ebene weiterzutragen, dass insgesamt im Luftverkehr mehr Sicherheit stattfinden kann. Nun wurde vorhin gesagt, dass über das Thema Bodenverkehrsdienste nichts gesagt worden ist. In der letzten Legislaturperiode, Herr Kollege Behrens und Herr Krischer, gab es einen eindeutigen Beschluss des Deutschen Bundestags, dass wir die Bundesregierung aufgefordert haben, dass über die zwei Abfertiger, die in den Regelungen drinstehen, keine weiteren zugelassen werden. Die Bundesregierung hat auf Einwand und Nachfrage der Koalition gesagt, das ist ein Thema, das auch gar nicht ins Gesetz gehört. Deswegen ist das rausgekommen. Das kann ganz normal im Ablauf des Ministeriums über Verordnungswege gemacht werden, wenn dies gegen den Willen der Mehrheit des Deutschen Bundestags gemacht werden soll. Ich sehe dort niemand, der das machen will. Wir werden also, wie von mir vorgetragen, mit den Änderungen und dem Antrag der Koalition, dem heutigen Gesetzentwurf ausdrücklich zustimmen. Die Thematik Fluglärm, die da angesprochen wurde, kann ich nur noch einmal sehr deutlich sagen, ist in diesem Gesetz nicht beraten worden, weil wir die Thematik überhaupt nicht auf der Tagesordnung hatten. Das wird eine 16. Novelle stattfinden, wenn wir die kriegen. Und das wird nochmal auch das Lärmgesetz. Und Sie tun ja so, als wenn es keine Lärmgrenzen geben. Wir haben ein Lärmgesetz in Deutschland, das wird eingehalten. Und ich will Ihnen nur mal sagen, weil Sie das so in den Raum gestellt haben, dass bei heutigen Flugroutenänderungen quasi mehr Bevölkerung mit Lärm bedroht wird. Ich kenne in Deutschland keine einzige beratende Fluglärmkommission, die nicht den Grundsatz einhält, dass das, was verändert werden soll, nur gemacht wird, wenn weniger Menschen belastet werden und wenn mehr entlastet werden. Insofern, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das wirklich einfach. Herr Krischer, ich weiß, Sie sind kein Verkehrspolitiker. Sie sind in anderen Themen tätig. Und deswegen an dieser Stelle liegen Sie schlichtweg falsch. Die anderen Anträge der Linken, die Anträge, Herr Präsident, ich habe es gesehen, aber mein Minister sollte 15 Minuten reden, der hat nur 10 geredet. Deswegen dachte ich, dass ich wenigstens zwei Minuten von der Zeit kriegen könnte. Aber ich rede es. Ich komme deswegen zum Schluss. Wenn es mal so wäre, wie Sie vermuten, Herr Kollege Wichtel, wäre die Situation nicht ganz so kompliziert, wie sie ist. Aber Sie sind ja offenkundig im Finale. Das beruhigt mich schon mal. Ich bin soweit. Der Antrag der Linken, dann können wir nicht so stimmen, den Antrag von Bündnis 90 Die Grünen, den wir ja letztes Jahr auch schon diskutiert hatten, in dem wir außer Verboten und sonstigen Themen nichts gefunden haben. Wir sind der Auffassung, dass das, was zurzeit im Rahmen von Fluglärm gemacht wird und von Flugrouten Festlegungen und Veränderungen in einem sehr geordneten, guten Rahmen gemacht wird. Und deswegen werden wir unserem Antrag, dem Gesetz zustimmen und die anderen Anträge ablehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Peter Wichtel aus der Unionsfraktion mit einem Versuch, den der Bundestagspräsident so gar nicht mag, denn nämlich die eigenmächtige Verlängerung von Redezeiten. Entsprechend die Anmerkung eben zu diesem Versuch. Und jetzt Sabine Leidig, die verkehrspolitische Sprecherin der Linksfraktion. ... von der Zukunftsfähigkeit des Luftverkehrs gesprochen. Eigentlich wollte die Bundesregierung in diesem Frühjahr auch tatsächlich ein Luftverkehrskonzept vorlegen. Das haben sie nicht gemacht. Bisher haben die Umwelt- und Verkehrsverbände gemeinsam in einer großen Allianz ein solches Konzept vorgelegt, für das es auch höchste Zeit ist. Denn der Flugverkehr ist inzwischen ein wachsender Treiber für den Klimawandel, der allein in Deutschland jedes Jahr 10 Milliarden Euro Subventionen verschlingt, die wir alle Bürgerinnen und Bürger gemeinsam aufbringen müssen. Eine Dreiviertelmillion Bürgerinnen und Bürger sind hierzulande von Fluglärm betroffen. Es geht also nicht um eine Lappalie. Und die Verbände haben sehr schön dargelegt, wie man Umweltkosten durch eine Klimaabgabe vermeiden kann, wie man Flüge, Unnötige vermeidet und die vorhandenen Flughafenkapazitäten besser ausnutzt, wie man gesundheitsschädlichen Fluglärm vermindert und die Nachtruhe schützt. Hätten Sie sich doch ein Beispiel daran genommen, das wäre sehr, sehr gut gewesen. Stattdessen haben Sie hier sozusagen einen Flickenteppich von Änderungen am Luftverkehrsgesetz vorgelegt, die zumindest beim Thema Fluglärm wirklich ein Armutszeugnis ist. Worum geht es da? Beim BER-Flughafen war das Planfeststellungsverfahren, vielleicht erinnern sich einige dran, mitsamt Umweltverträglichkeitsprüfung und Einspruchsmöglichkeiten abgeschlossen. Und danach sind die Flugrouten festgelegt worden, die so überhaupt nicht geplant waren. Zum Beispiel über das Erholungsgebiet Müggelsee sollten zentrale Flugrouten fliegen. Dagegen hat es zahlreiche Klagen vor Gerichten gegeben und die EU-Kommission hat gefordert, dass ein solcher absurder Missstand behoben werden muss. Deshalb haben Sie diese Änderung hier reingemacht und nicht aus freien Stücken. In Ihrem Gesetzentwurf ist nun vorgesehen, dass bei neuen Flughafenhäfen oder bei der erheblichen Erweiterung der ganze Einwirkungsbereich in die Umweltverträglichkeitsprüfung einbezogen werden muss. Okay, aber es wird praktisch keine neuen Flughafenbauten geben. Und auch die dritte Landebahn in München, das Terminal 3 in Frankfurt, und auch einige Erweiterungen beim BER sind schon längst abgeschlossen. Also, Ihre Regelung wird überhaupt nichts betreffen. Was wirklich Not tut, und dafür streiten wir als Linke, und dafür ist auch unser Änderungsantrag eingebracht, ist, dass die Flugrouten selber auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft werden, auf ihre Lärmbelastung. Entscheidend ist doch, über welche Wohngebiete die Flugzeuge tatsächlich fliegen, und zwar nicht irgendwann in der Zukunft, sondern jetzt. Sehen Sie, in meiner Heimatregion im Rhein-Main-Gebiet sind über 80 Bürgerinitiativen gegen Flughafenausbau und für Nachtflugverbot gegen Fluglärmbelastung aktiv. Diese 80 Bürgerinitiativen haben Ihnen eine gemeinsame Stellungnahme geschickt und Wort für Wort erklärt, welche Punkte und Unterpunkte in Ihren Paragrafen geändert werden müssten, damit das, was hinten rauskommt, eine sinnvolle Wirkung zum Schutz von Menschen und Natur hat. Das haben Sie alles ignoriert. Welche Interessen vertreten Sie denn hier eigentlich? Wir als linke Fraktion haben jedenfalls die Interessen der Bürgerinnen und Bürger vertreten mit unserem Änderungsantrag. Wir haben das Ziel, die tatsächliche Belastung unter den wirklichen Flugrouten zu bewerten und auf dieser Grundlage auch Alternativen zu prüfen. Wir wollen weg von der Schallschutzfenstermentalität, dass die Leute im Haus bleiben, damit sie nicht vom Lärm krank werden. Wir wollen, dass es am Himmel leiser wird als heute. Und dazu muss auch das Bundesumweltamt gestärkt werden. Dazu müssen die Bürgerinnen und Bürger gestärkt werden. Wir brauchen eine bessere Bürgerbeteiligung, damit der Lärm- und Gesundheitsschutz nicht immer wieder den Gewinninteressen der Luftverkehrsindustrie geopfert wird. Und diesem Anliegen sollten alle Volksvertreter und Volksvertreterinnen zustimmen. Danke. Sabine Leidig, die verkehrspolitische Sprecherin der Linksfraktion, in der abschließenden Beratung der Änderungen zum Luftverkehrsgesetz. Ein bisschen Reklame in eigener Sache an dieser Stelle um 12 Uhr. Live aus dem Bundeskanzleramt die Ergebnisse des Koalitionsausschusses von heute Nacht. Das sollten Sie sich schon mal vormerken. Jetzt, wo noch knapp zwei Stunden Zeit sind, sich da entsprechend drauf einzustellen. Hier spricht jetzt Andreas Rimkus aus der SPD-Fraktion. Ja, vor allem zwischen Wahlkreis und Hauptstadt. Ich weiß aber auch, dass das Fliegen immer mit Ängsten und mit Unsicherheiten verbunden sein bleibt. Buchstäblich den Boden unter den Füßen zu verlieren, der Schwerkraft zu trotzen, flößt nicht jedem ein Gefühl von Freiheit ein, wie Reinhard Meyers in seinem Song über den Wolken singt. Aber deswegen heißt es für die Politik, den Menschen auf der einen Seite das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, aber auf der anderen Seite sie auch vor tatsächlichen Gefahren zu schützen. Um auch in Zukunft die Sicherheit zu gewährleisten, dürfen wir aber nicht nur auf Deutschland blicken. Luftverkehr kennt nämlich keine geografischen Grenzen. Luftverkehr funktioniert im besten Fall global, mindestens aber europäisch. Und so wird mit der Regelung zum EASA-Zeugnis für Flugzeugsbetreiber ein europäischer Rahmen zur Zertifizierung von Flugplätzen umgesetzt. Das sollte aber nicht nur ein Schritt zur Harmonisierung des europäischen Luftverkehrs sein, sondern er soll auch mehr Vergleichbarkeit in Europa schaffen. Und hier gilt es, wie wir bereits gestern im Ausschuss deutlich gemacht haben, dass wegen der bereits zertifizierten deutschen Flughäfen möglichst Mehrfachzertifizierung vermeiden, vermieden werden sollten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch die Änderungen im Bereich der Anforderungen an Landestellen von Rettungshubschraubern führen zu mehr Vergleichbarkeit in der EU und zur Schaffung einheitlicher Standards. Doch eins darf dabei nicht vergessen werden. Peter Wichtel hat es eben gesagt. Die Luftrettung muss in ihrer heutigen Form in jedem Fall erhalten bleiben. Und deshalb haben wir als Parlamentarier der Koalitionsfraktion in unserem Änderungsantrag auch deutlich gemacht, dass Dachlandeplätze an Krankenhäusern, ja, wenn sie die entsprechenden Sicherheitsstandards erfüllen, natürlich selbstverständlich für die Luftrettung freigegeben werden müssen. Eine gute Luftrettung zu erhalten und dafür zu sorgen, dass Menschen, die Hilfe brauchen, diese auch bekommen, sollte unser erstes Interesse sein. Die Bundesrepublik hat auch im Vergleich zu ihren Nachbarländern ein sehr sicheres und gut funktionierendes Luftrettungssystem, das ein Garant für die gute medizinische Versorgung ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, neben den technischen Anforderungen an Landestellen und Flugplätzen brauchen wir natürlich auch Sicherheit in den Abläufen. Dazu gehört auch das Personal am Boden und in der Luft. Die Kolleginnen und Kollegen sind der Ankerpunkt eines gut funktionierenden Luftverkehrs. Dabei tragen sie vor allem auch in der Luft eine sehr große Verantwortung, nämlich Verantwortung für die Unversehrtheit der Menschen an Bord. Und dies, liebe Kolleginnen und Kollegen, verdient unser aller Anerkennung und Respekt. Im Lichte des Absturzes der Germ-Wings-Maschine, die sich ja nun gerade jährte, wird uns aber einmal noch besonders klar, was diese Verantwortung denn bedeutet. Die Rahmenbedingungen für gute Arbeitsplätze und eine zuverlässige medizinische Betreuung der Belegschaft zu schaffen, ist dabei eine zentrale Aufgabe der Politik. Wie wichtig dies beispielsweise im Bereich der medizinischen Betreuung von Belegschaften ist, wurde uns am 24. März letzten Jahres ja deutlich vor Augen geführt. Ich bin froh, dass wir nach der Germ-Wings-Katastrophe und als Düsseldorfer Abgeordneter, hat mich dies natürlich mit Besonderheit betroffen, nicht dem blinden Aktionismus verfallen sind. Kluge und versierte Köpfe haben sich in einer Taskforce zusammengeschlossen und uns Orientierung gegeben und Empfehlungen erarbeitet. Mit dem vorliegenden Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen tragen wir dem Rechnung und haben, wie ich finde, maßgebliche und gute Verbesserungen im Fall der medizinischen Versorgung von Pilotinnen und Piloten erreicht. Durch eine flugmedizinische Datenbank lassen sich nun Krankheitsverläufe besser nachvollziehen und sorgen so für eine Früherkennung von Krankheiten, die die Flugtauglichkeit infrage stellen. Diese Früherkennung steigert nicht nur die Sicherheit im Luftverkehr, sondern sorgt auch dafür, dass den Betroffenen früher geholfen werden kann. Besonders wichtig war uns dabei, den notwendigen Durchblick zu gewährleisten und gleichermaßen hohe Datenschutzanforderungen zu formulieren. Auch die Zufahrtskontrollen sollen nicht nur verhindern, dass nicht flugtaugliches Personal am Ende im Cockpit sitzt, sondern natürlich helfen, auch frühzeitig zu erkennen, ob ein Pilot oder eine Pilotin mit Sucht oder psychischen Problemen kämpft. So erschütternd dieses Ereignis war, bleibt es doch ein äußerst seltener Fall. Nicht ohne Grund ist das Flugzeug eines der sichersten Verkehrsträger weltweit. All die Menschen, die zum Erfolg des Luftverkehrs beitragen und dafür sorgen, dass Menschen und Güter sicher und zuverlässig befördert werden, verdienen gute und sichere Arbeitsverhältnisse. Dazu gehört auch, dabei zu helfen, zu verhindern, dass Mitarbeitende an der Sucht verfallen. Deutlich haben wir in unserem Änderungsantrag deutlich gemacht, dass auch die überbetriebliche Vereinbarung Abmachungen zur Suchtprävention getroffen werden sollen. Ziel sollte es doch sein, eine regelmäßige Aufklärung und Sensibilisierung der Mitarbeiter über die Gefahren und Risiken des Suchtmittelkonsums zu gewährleisten. Und darüber hinaus wollen wir das Thema natürlich nach Europa tragen. Europaweit sollen Beratungsstellen sowie in Deutschland dafür Sorge tragen, dass Mitarbeitende, Kolleginnen und Kollegen nicht alleine gelassen werden und sich Vertrauens von einer solchen Stelle wenden können, wenn sie psychische oder Suchtprobleme haben. Denn nur eine europäische Regelung wird dafür sorgen, dass wir auch die notwendige Flächendeckung von Beratungsstellen erzielen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, neben diesen Sicherheitsfragen haben wir außerdem auch Änderungen bei der Erfassung von Fluglehm vorgenommen. Ja, sehr wohl. Mit der Novellierung wird bei der Planung von Flugrouten noch stärker die Betroffenheit der Bevölkerung in den Blick genommen. Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser Novelle deutliche Verbesserungen der notwendigen europäischen Normisierung erzielen konnten und auch dem Sicherheitsanspruch von uns Passagieren gerecht geworden sind. Und wir so zumindest politisch alles dafür getan haben, dass man über den Wolken vielleicht doch grenzenlose und sichere Freiheit verspürt. Schönen Dank. Andreas Rimkus für die SPD-Fraktion in der abschließenden Beratung einiger Änderungen am Luftverkehrsgesetz und jetzt noch einmal für die Grüne Fraktion Stefan Kühn, deren verkehrspolitischer Sprecher. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Die Experten, die die Bundesregierung beraten, der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung kam 2014 in seinem Gutachten zu dem Ergebnis, Zitat, Die gesetzlichen Regelungen der Fluglärmproblematik im Luftverkehrsrecht sind unterentwickelt. Das wird mit der aktuellen Änderung des Luftverkehrsgesetzes sich nicht ändern. Ob das Festschreiben der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts reicht, die EU-Kommission zu überzeugen, das Vertragsverletzungsverfahren aufzuheben, darf bezweifelt werden. Die Pflicht zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung und die Prüfung der Ausführung auf Natura 2000-Gebiete gehört in das Verfahren zur Festlegung von Flugrouten und nicht nur in das Zulassungsverfahren für Flughäfen. Denn die Gesetzgebung, so wie Sie sie heute vorschlagen, wird nur einen begrenzten Anwendungsbereich haben. Substantielle Verbesserungen für die lärmgeplagten Anwohnerinnen und Anwohner an den Hotspots in Deutschland Fehlanzeige. Wo bleibt, meine Damen und Herren, im Koalitionsvertrag die versprochene verbesserte Transparenz und Beteiligung der Kommunen und Öffentlichkeit bei der Festlegung von Flugrouten? Im Zusammenhang mit der Festlegung von Flugverfahren fehlt weiterhin jegliche Bewertungskriterien. Nicht mal das Wenige, was Sie im Koalitionsvertrag aufgeschrieben haben, setzen Sie um. Bei der Festlegung von Flugrouten sollte nach dem Koalitionsvertrag eigentlich der Lärmschutz insbesondere in den Nachtstunden verbessert werden. Nichts ist passiert. Die Ergebnisse der NORA-Studie, der Lärmwirkungsforschungsstudie, zeigen den dringenden Handlungsbedarf. Bei allen Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht sich das Risiko, insbesondere beim nächtlichen Fluglärm. Das sollte uns zum Denken und vor allem zum Handeln bringen. Was eigentlich zu tun wäre, haben wir in dem Antrag Fluglärm wirksam reduzieren aufgeschrieben, über den wir heute mit abstimmen werden. Meine Damen und Herren, mit der Novelle des Luftverkehrsgesetzes werden wir aber auch heute die notwendigen luftverkehrsrechtlichen Konsequenzen aus dem tragischen Absturz der German Wings-Maschine am 24. März 2015 in den französischen Alpen ziehen. Zwei Kommissionen haben sich insbesondere mit Maßnahmen beschäftigt, die die Feststellung und Überprüfung der Flugtauglichkeit von Piloten verbessern. Dazu gehört insbesondere der schon angesprochene Aufbau einer flugmedizinischen Datenbank, die wir für geboten halten, wie der Fall Lubez ja auch zeigt. Allerdings, die Unzulänglichkeiten bei der flugmedizinischen Tauglichkeitsprüfung waren bereits vor dem Abschluss der German Wings-Maschine bekannt. Die Europäische Flugaufsichtsbehörde EASA hat zuletzt 2014 an der Arbeit des Luftfahrtbundesamts als zuständige Aufsichtsbehörde im Zusammenhang mit den flugmedizinischen Tauglichkeitsuntersuchungen deutliche Kritik geäußert. Zu wenig Personal, fehlende fachliche Qualifikation der Sachverständigen beim Luftfahrtbundesamt, fehlende elektronische Dokumentation der Tauglichkeitsuntersuchungen. Nichts ist passiert. Ich hatte die Bundesregierung gefragt, wie viele Tauglichkeitsuntersuchungen für Berufspiloten in den Jahren 2012 bis 2014 durchgeführt und wie viele Berufspiloten zeitweise oder dauerhaft für fluguntauglich erklärt wurden. Man hat mir daraufhin mitgeteilt, dass für die Beantwortung meiner Anfrage von einer Bearbeitungszeit von mehreren Jahren auszugehen ist, weil die Unterlagen nur in Papierform vorliegen würden. Es kann doch nicht sein, dass die Bundesregierung bei so einer sicherheitsrelevanten Frage nicht weiß, wie viele Flugtauglichkeitsuntersuchungen in den letzten Jahren in Deutschland durchgeführt wurden. Dass all diese Daten offensichtlich nur handschriftlich vorliegen, ist in Zeiten der elektronischen Datenverarbeitung unfassbar. Daher brauchen wir die Datenbank, damit die Vorgeschichte der Piloten vollständig dokumentiert und vor allem einsehbar ist. Bisher sind beim Luftfahrtbundesamt in der flugmedizinischen Abteilung gerade mal zwei Personen mit der Beurteilung der Tauglichkeit befasst. Die Untersuchung selber machen die Flugmediziner, aber für die Aus- und Weiterbildung sowie die Qualitätskontrolle der Flugmedizin ist das Luftfahrtbundesamt zuständig. Der Verband der Fliegerärzte fordert zu Recht mehr Fortbildung für Fliegerärzte. Erst in diesem Jahr soll das Personal der zuständigen Abteilung Luftfahrtbundesamt auf sechs Personen aufgestockt werden. Wichtig ist aus unserer Sicht die Beratungs- und Anlaufstellen für Airline-Crews, damit insbesondere psychische Probleme früh bemerkt werden können. Die Regierungsfraktionen werden klug beraten, die Einrichtung dieser Angebote verbindlich zu regnen, so wie das der Änderungsantrag der Fraktion Die Linken fordert. Verkehrsminister Dobrindt muss jetzt in Brüssel aktiv werden und sich dafür einsetzen, dass die Vorschläge der Nationalen Kommission zum einheitlichen europäischen Standort werden. Die hohen Sicherheitsstandards, meine Damen und Herren, müssen dem hohen Wettbewerbsdruck standhalten. Herr Minister Dobrindt muss endlich dafür sorgen, dass die lang bekannten Probleme beim Luftfahrtbundesamt gelöst werden. Da hat die Arbeit erst begonnen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Stefan Kühn für die Linksfraktion, pardon, für Bündnis 90 Grün, deren verkehrspolitischer Sprecher, jetzt Ulrich Lange für die Unionsfraktion, pardon. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Kühn, wir sind uns sehr sicher und sehr guten Mutes, dass das Vertragsverletzungsverfahren der EU mit diesem Gesetz, in dem wir unsere Rechtsprechung zur Umweltverträglichkeit kodifizieren, auch erledigt sein wird. Und auch, liebe Kollegin Leidig, Ihnen muss ich zumindest mit einem Satz antworten. Wenn Sie meinen, allein die Interessen der Bürgerinnen und Bürger der Regionen um die Flughäfen zu vertreten, dann erlaube ich mir, darauf hinzuweisen, dass wir das in den Reihen der Union durch unsere mit Mehrheit gewählten Direktabgeordneten tun. Ja, das muss man ja durchaus auch mal sagen dürfen, dass man diesen Alleinvertretungsanspruch, wie Sie ihn vorhin gerade geltend gemacht haben, über den kann man sehr wohl streiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute ist zunächst ein sehr guter Tag für die Sicherheit im Luftverkehr. Und auch das, lieber Kollege Grischer, Sie gehen immer von Selbstverständlichkeiten aus. Sie gehen immer von Selbstverständlichkeiten aus. Sie sollten also durchaus würdigen, was wir hier die Regierung mit dem Bundesminister, das Parlament, mit dem Ausschuss und auch mit Hilfe und Unterstützung einer wirklich guten Taskforce vorgelegt haben. Und ich kann mich selten an einen Prozess, an ein Gesetzgebungsverfahren erinnern, in dem wir so intensiv und, ich sage auch mal, so sehr im Detail über einzelne Dinge diskutiert, uns Gedanken gemacht haben und dann, das zeigt ja auch die Anzahl der Änderungen und Änderungsanträge, auch immer wieder nachgesteuert haben, wo wir als Parlament das Gefühl hatten, da könnte man noch ein bisschen mehr machen, da könnte man noch ein bisschen nachsteuern, dass man zum einen den reibungslosen Ablauf natürlich all dieser ganzen komplexen Systeme gewährleistet und trotzdem alles unter dem ganz großen Maßstab und unter der Priorität Sicherheit steht. Und dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen, all den Angesprochenen ein herzliches Dankeschön. Eine der wichtigsten Botschaften sind sehr wohl die Hubschrauberlandeplätze. Denn die Aufregung an den Krankenhäusern vor Ort in den Wahlkreisen, bei denen Krankenhäusern die Dachlandeplätze hatten und die alle bisher angeflogen worden sind, war natürlich sehr groß. Und so ein gewisses Entsetzen im Gesicht, warum dort, wo man seit Jahren und Jahrzehnten gelandet ist, mit einem Rettungshubschrauber, das plötzlich aufgrund einer EU-Regelung nicht mehr möglich sein sollte. Deshalb haben wir Sorge dafür getragen, dass diese Rettungsketten, dass dieses funktionierende Rettungswesen mit Luftrettung aufrechterhalten bleibt, ja gesichert bleibt, und zwar gesichert sowohl für die Krankenhäuser, für die Patienten, aber auch für die Piloten. Damit nicht der entscheiden muss, der das Medizinische ja am wenigsten entscheiden kann, ob er jetzt hier landen darf oder nicht landen darf. Und das ist heute ein ganz großer Schritt und ein ganz großer Teil dieses Gesetzes, das wir verabschieden. Und Gleiches, und das war uns auch als Parlament besonders wichtig, auch wenn die Anzahl übersichtlich ist, gilt für die Dachlandeplätze. Auch dort an den Krankenhäusern ist man seit Jahren, Jahrzehnten mit dem Hubschrauber hingekommen. Und auch da bleibt die Einzelfallgenehmigung möglich. Wir denken, das ist dem LBA sehr wohl zumutbar, dieses zu überprüfen. Und wir werden, davon bin ich überzeugt, Lösungen finden, dass auch diese Krankenhäuser weiter im Sinne der Patienten, im Sinne der Menschen angeflogen werden können. Und das zeigt, wie wichtig uns Luftrettung, Luftsicherheit ist. Wir haben aber, und über den Teil wurde auch schon mehrfach gesprochen, eines heute auch geregelt. Wir haben geregelt, was eigentlich für jeden irgendwo selbstverständlich ist, der Auto fährt. Wir diskutieren beim Radfahren darüber, aber bisher nicht beim Luftverkehr. Dass der, der alkoholisiert ist, der Drogen genommen hat, oder aus welchen Gründen auch immer Medikamente nimmt oder nehmen muss, unter solchen Umständen eben ein Luftfahrzeug nicht führen darf. Wir haben das, was in anderen Ländern bereits gängige, bewährte, erfolgreiche Praxis ist, kodifiziert. Und auch da haben wir als Parlament sehr genau hingeschaut, wie denn diese Kontrolle dann stattfinden soll. Das ist zum einen in unseren Augen absolut richtig, dass das hier über die Unternehmen gemacht wird, dass auch die Unternehmen mit Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen genau diese Dinge machen können, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die vor solchen persönlichen Problemstellungen betroffen sind, geholfen werden kann. Auf der anderen Seite ist ein solches System immer nur dann schlüssig, wenn es auch einer Gesamtkontrolle unterliegt. Diese Gesamtkontrolle und diese stichprobenartige Kontrolle wird durch das Luftfahrtbundesamt durchgeführt werden. Und wir glauben, dass genau dieses Zusammenspiel für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der einen Seite, das Luftfahrtbundesamt auf der anderen Seite genau so im Konzept schlüssig sind, dass wir diesen großen Schritt in der Verkehrssicherheit, in der Luftverkehrssicherheit, heute mit diesem Gesetz erreichen werden. Die Flugmedizinische Datenbank, ja, richtig, ja, wichtig. Wir wissen alle, dass wir absolute Sicherheit nicht schaffen können und dass es die im Leben nicht gibt. Und wir leider immer wieder solchen traurigen Ereignissen ausgesetzt sein können, wie wir es mit dem schrecklichen Absturz erleben mussten. Aber ohne reflexartig zu handeln, überlegt zu handeln, und das hat der Kollege Rimkus vorhin auch, glaube ich, sehr beeindruckend gesagt, haben wir doch oder versuchen wir doch mit dieser Regelung ein Stück mehr Sicherheit in diese Kette Luftverkehr zu bringen, ein Stück mehr Sicherheit, die wir auch den Menschen geben, wenn sie in das Flugzeug steigen, dass wir wissen, wir haben, so gut wir denken und so gut wir es uns vorstellen können, alles getan, um auch hier die Möglichkeiten der flugmedizinischen Untersuchungen deutlich zu optimieren, um ein Ärztehopping oder einen Tauglichkeitstourismus auszuschließen. Ich will diese Worte, oder ich gebrauche sie ungern, weil sie sehr negativ sind und etwas unterstellen, was ich dem eigentlich niemand unterstellen möchte, aber tragische Ereignisse zeigen, dass so etwas doch vorkommt. Aber wir haben uns auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei dieser flugmedizinischen Datenbank intensive Gedanken gemacht. Zum einen um den Piloten, um den Arzt, um die Ausgestaltung, ja, aber auch um die Datensicherheit, um diese Sicherheit, um dieses Vertrauensverhältnis, wie wir es höchstmöglich schützen können und trotzdem das Ziel, was wir erreichen wollen, zu erreichen. Und ich denke, dass die Lösung, die wir heute in das Gesetz aufgenommen haben, genau dem gerecht wird, angelehnt an dem, was wir aus der Seeschifffahrt kennen. All dies zusammen macht, und da komme ich zu meiner Überschrift heute, einen guten Tag für die Luftverkehrssicherheit. Ein gelungenes Gesamtwerk, in dem viele Rädchen aus Ministerium, aus Parlament, aus Sachverständigen vorbildlich ineinander gegriffen haben. Ein Gesetz, mit dem wir einen guten Schritt vorankommen und trotzdem weiterhin unseren Luftverkehr, ja, ich sage, noch ein Stück vertrauenswürdiger machen. Wir haben, glaube ich, die Balance gefunden, wie man sie bestmöglich versucht hat. Wir freuen uns, dass wir nach diesen Beratungen heute ein gutes Gesetz verabschieden. Heute noch mal ein guter Tag für die Luftverkehrssicherheit. Dankeschön. Ulrich Lange, verkehrspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, in der abschließenden Aussprache über Änderungen am Luftverkehrsgesetz. Und wir hören dazu jetzt aus der SPD-Fraktion Uli Nissen. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich verrate Ihnen sicherlich kein Geheimnis, wenn ich offenlege, dass ich durchaus das eine oder andere Mal andere Vorstellungen beim Thema Luftverkehr habe, als beispielsweise meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Wirtschafts- oder Verkehrsausschuss. Als Umweltpolitikerin und Abgeordnete aus dem Wahlkreis Frankfurt liegt dies auch nahe. Sie können sich auch sicherlich denken, dass bei mir in Frankfurt die Themen Flugrouten, Fluglärm, Nachtflugverbot, Dauerthemen sind. Die Ohrstöpsel, Zeit für dich, waren der große Renner in der Kommunalwahl Anfang März. Bei dem heute debattierten Luftverkehrsgesetz und unserem Änderungsantrags geht es allerdings nur am Rand um diese Themen. Ich würde mir da auch mehr wünschen. Es geht vielmehr darum, dass wir damit auf ein Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Kommission reagieren. Das Vertragsverletzungsverfahren läuft gegen uns, weil bisher bei der Feststellung von Flugverfahren weder eine Umweltverträglichkeitsprüfung noch eine Prüfung der Auswirkungen von Natura 2000-Gebieten durchzuführen sind. Darauf reagieren wir nun und stellen klar, dass diese schon umfassend bei den Zulassungsverfahren für Flughäfen passieren muss. Wenn wir das Luftverkehr schon anfassen, regeln wir zum Glück jetzt auch weiteres. Zwei Punkte sind mir aus Umweltsicht besonders wichtig. Wir erhöhen das Bußgeld bei Verstößen gegen das Nachtflugverbot. Das ist auch höchste Zeit. Damit folgen wir der Anregung des Bundesrats. Das Bußgeld wird künftig auf bis zu 50.000 Euro angehoben. Bisher waren es maximal 10.000 Euro. Natürlich könnten wir jetzt auch über die Frage eines generellen Nachtflugsverbot von 22 bis 6 Uhr diskutieren. Aber darum geht es, ich sage, leider heute nicht. Meine Position dazu ist sehr bekannt. Zurück zum Text. Die Erhöhung des Bußgeldrahmens ist wichtig und ein deutliches Signal. Denn oftmals rechnet es sich ja noch, das Nachtflugverbot zu brechen und das Bußgeld in Kauf zu nehmen. Das war oftmals immer noch günstiger und wirtschaftlicher als eine Annullierung des Fluges, unter anderem verbunden mit den Übernachtungskosten für die Passagiere sowie weitere Kosten in beträchtlicher Höhe. Ich hoffe sehr, dass dieses Bußgeld auch das Ziel erreicht, wie es so schön heißt, die Anreize zu reglungskonformem Verhalten zu stärken. Ich habe selbst extra mal im lärmgeplagten Gebiet im Frankfurter Süden übernachtet, dank an Monika Plotnik für die Gastfreundschaft, und festgestellt, dass mit dem Ende des Nachtflugverbots um 5 Uhr die Nachtruhe brutal vorbei ist. Wenn es Nachtflugverbote gibt, müssen diese auch eingehalten werden. Wir wissen, dass Fluglärm krank machen kann. Deshalb ist es für die Bevölkerung in der Flughafennähe sehr wichtig, zumindest in den Nachtzeiten mal Ruhe zu haben. Ich hoffe, dass das erhöhte Bußgeld dazu beiträgt. Jetzt komme ich zum zweiten wichtigen Punkt. Flugrouten, vor allem die Einzelfreigaben. Flugrouten sind ein sehr emotionales Thema. Wir wissen, welche Rolle die Flugrouten bei der Optimierung von Fluglärm spielen. Dazu gibt es gute Ausarbeitung, unter anderem vom Sachverständigenrat für Umweltfragen, die Bedeutung in seinem Sondergutachten Fluglärm reduzieren, Reformbedarf bei der Planung von Flughäfen und Flugrouten deutlich gemacht. Wir stellen nun klar, schutzwürdige Gebiete sind und bleiben schutzwürdig. Selbstverständlich geht die Sicherheit immer vor. Das heißt, wenn es aus Sicherheitsgründen dringend geboten ist, dürfen diese Gebiete natürlich überflogen werden. Aber oft geschehen Einzelfreigaben und Abweichungen von den festgelegten Flugrouten eben nicht aus Sicherheitsgründen, sondern eher aus wirtschaftlichen Gründen, weil damit weniger Kerosin verbraucht oder man vielleicht Verspätungen aufholen kann. Das widerspricht natürlich dem Sinn und Zweck von vorher als schutzwürdig festgelegten Gebieten. Deshalb ist es gut, dass wir hier in der Begründung noch mal feststellen, Sicherheit geht natürlich immer vor. Aber Wirtschaftlichkeit darf nicht auf Kosten des Schutzes der Bevölkerung vor Fluglärm gehen. Denn hier komme ich wieder zu dem Thema Verlässlichkeit und Akzeptanz. Genau wie beim Nachflugverbot brauchen die Menschen auch hier die Sicherheit, dass festgelegte Flugrouten auch eingehalten werden. Denn nur das schafft Akzeptanz und berücksichtigt die Anliegen der Anwohner. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Uli Nissen war die vorletzte Rednerin in dieser Aussprache zu den Änderungen am und im Luftverkehrsgesetz. Und logischerweise jetzt die letzte Rednerin, Kirsten Lühmann aus der SPD-Fraktion noch mal. Verehrter Präsident! Liebe Kollegen! Liebe Kolleginnen! Stellen Sie sich folgende Situation vor. Eine Polizistin steht an einer Tankstelle, tankt ihren Streifenwagen. Neben ihr steht ein vollbesetzter Reisebus. Der Busfahrer steigt aus, die Polizistin stellt bei ihm eine Alkoholfahne fest. Uns ist allen klar, was passiert. Bußgeld, der Busfahrer darf natürlich nicht weiterfahren. Wenn Ihr Kollege, der auf einem Flughafen im Moment Streife geht und einen Piloten feststellt, der gerade aus seinem Flugzeug kommt und auch Alkoholgeruch hat, bei dem ist das wesentlich komplizierter. Natürlich gibt es bereits einen Straftatbestand, aber der ist sehr schwer zu beweisen. Und von daher bedarf es dringend einer Änderung. Schon jetzt nehmen die Fluggesellschaften in Deutschland ihre Verantwortung für Sicherheit sehr ernst und führen anlassbezogene Kontrollen durch. Wenn dort festgestellt wird, dass ein Pilot, eine Pilotin unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen steht, spricht die Firma bereits ein Flugverbot aus. Aber verdachtsunabhängige Stichprobenkontrollen sind weder vorgeschrieben noch erlaubt. Und die Koalitionsfraktionen haben in ihrem Änderungsantrag endlich diese Lücke geschlossen und die stichprobenartigen Kontrollen vorgeschrieben. Die deutschen Fluggesellschaften regeln die Durchführung dieser Kontrollen im Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften und Betriebsräten. Das ist gut und richtig so. Aber wir haben natürlich auch Piloten und Piloten, die Deutschland anfliegen und nicht für eine deutsche Fluggesellschaft fliegen. Auch die müssen wir kontrollieren. Dafür ist das Luftfahrtbundesamt zuständig und kann diese Kontrollen durchführen. Aber wir haben auch zusätzlich Regelungen eingeführt, wie sie für unseren Bus vorher gelten. Also, wer zukünftig mit Alkohol oder Drogen oder problematischen Medikamenten erwischt wird, wie er versucht, ein Flugzeug zu steuern oder es gesteuert hat, muss jetzt endlich auch im Flugverkehr mit einem Bußgeld und einem Flugverbot rechnen. Und während der Nachweis von Alkohol oder auch Drogen relativ einfach mit einem Schnelltest möglich ist, einige von uns haben vielleicht schon mal gepustet, andere werden hoffentlich es noch nicht erlebt haben, dass man mit einem Drogenschnelltest allein durch das Wischen über die Haut feststellen kann, ob die Person Drogen konsumiert hat oder nicht, ist das bei Medikamenten deutlich schwieriger, obwohl Medikamentenmissbrauch genauso gefährlich ist. Eine Langzeitstudie aus den USA hat festgestellt, dass Medikamentenmissbrauch bei Piloten und Piloten in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Das gilt für verschiedene Substanzen. Ich möchte nur eine exemplarisch anführen. Bei circa 20 Prozent der tödlich verunglückten Piloten und Piloten wurde festgestellt, dass sie unter dem starken Einfluss von Beruhigungsmitteln standen, sogar unter dem Einfluss von verschreibungspflichtigen Schlafmitteln. Ich finde das erschreckend. Aber nicht alle Medikamente sind problematisch, und bei den problematischen Medikamenten kommt es auf die Dosis an. Daher wird das Luftfahrtbundesamt eine Liste für alle Kontrollierenden erstellen, die beide Punkte aufführen. Dabei sollten wir aber nicht aus den Augen verlieren, dass Missbrauch von Medikamenten, Drogen oder Alkohol eine Krankheit darstellen und dass die Betroffenen Hilfe brauchen. Sehr gut finde ich daher, dass alle deutschen Fluggesellschaften bereits Anlaufstellen für die Betroffenen geschaffen haben, die nicht das Ziel haben, die Menschen möglichst schnell aus dem Arbeitsverhältnis rauszudrängen, sondern im Gegenteil, die dafür sorgen wollen, dass die Beschäftigten in die Lage versetzt werden, ihren Beruf gefahrlos auszuüben. Und das ist der richtige Weg. Zum Schluss erlauben Sie mir den Hinweis, dass Berufe mit besonderer Verantwortung, wie zum Beispiel Piloten, Ärzte, Polizei, aber auch Politik, besonders anfällig sind, für die Gefahr an Suchterkrankungen zu leiden. Das sollten wir nicht totschweigen. Wir dürfen aber auch die Betroffenen nicht stigmatisieren und ausgrenzen. Es braucht Hilfsangebote, wie die Fluglinien sie machen und viele andere Arbeitgebende. Denn ich möchte, und ich denke, da sind wir uns einig, nicht nur in einer sicheren Gesellschaft leben, sondern auch in einer menschlichen Gesellschaft. Und dieser Gesetzentwurf wird dazu einen Beitrag leisten. Herzlichen Dank. Kirsten Blühmann war die letzte Rednerin in dieser Debatte, in dieser abschließenden Beratung zu Änderungen am Luftverkehrsgesellschaft. Herzgesellschaft.